So schreiben Sie sich systematisch zum wirtschaftlichen Durchbruch. Haben Sie Angst vor Tastatur oder Schreibstift? Obwohl Sie wissen, dass Sie im Suchmaschinenzeitalter auf gute, Google-optimierte Texte für Ihren Webshop oder Ihre Internetpräsenz angewiesen sind? Zahlen Sie deshalb immense Kosten, um den Bereich Texte von externen Spezialisten betreuen zu lassen? Schluss damit! Mein Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Abneigungen gegen das Schreiben überwinden. Ja, wie Ihnen geradezu fantastische Werbe und sonstige Texte aus der Feder fließen. Federleicht und lebendig, so als hätten Sie Ihr Leben lang nichts anderes gemacht. Veröffentlichen Sie ab jetzt mit Leichtigkeit selbstverfasste PR-Berichte, Prospekte, Blogbeiträge, Briefe und Direktmailing. Steigern Sie damit Ihren wirtschaftlichen Erfolg immens. Und sparen Sie zudem noch Geld für externe Spezialisten. Die brauchen Sie nicht mehr. Lassen Sie sich helfen, von meinem Buch Federleicht lebendig schreiben. Verfassen Sie schon in wenigen Tagen Ihre eigenen Supertexte für Print und Internet. Veröffentlichung 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 Vielen Dank.